So, da sind wir auch schon bei der nächsten Aufgabe, aber bevor wir reingehen, erstmal in kleiner Sache für mich selber. Wer den Kanal ein bisschen supporten will und dem ich gerne und schon öfters weitergeholfen habe, der kann mich gerne wieder supporten. Einfach creatorcode yt-family eintragen. Ihr wisst ja, Family, ja ich habe eine Familie, also Support ist kein Mord. So, was müssen wir machen? Wir zerstören Kristallbäume. Wo finden wir die? Entweder bei Salty oder beim Kolosseum. Ich selber habe jetzt noch gar nicht geguckt. Normalerweise gucke ich immer auf YouTube, ob ich irgendwie noch was machen kann. Aber ich denke mal, das müsste eigentlich ziemlich klar sein. Ich habe glaube ich bei YouTube irgendwo noch ein Bild gesehen. Das sind halt einfach diese Kristallbäume, die da rumstehen. Warum jetzt die zwei Orte angezeigt werden, ich nehme mal an, die stehen auch nur da. Warte mal, ich glaube da im Auto steht auch schon einer, oder? Und ich habe gesehen, einige haben Probleme mit dem Becken. Auch der Luca zum Beispiel. Grüße gehen raus. Aber ganz ehrlich, ich kann euch nicht sagen, was da los ist. Ihr habt es ja gesehen, bei mir hat es ganz simpel funktioniert. So, hier ist der Kristallbaum. Oh, wir müssen fünf sogar kaputt machen. Ups, ich dachte nur einen. Oh, das wird wahrscheinlich wieder so eine Aufgabe, wo du vier, fünfmal rein musst. Oh, da hinten haben wir noch zwei. Da ist noch einer. Ich dachte, es wäre nur einer. Lol. Aber kriege ich kein Problem. Ihr seht, einfach Salty Towers. Die Bäume sind eigentlich ziemlich gut zu erkennen. Geht einfach in den Gruppenkeile rein. Zack, der zweite. Zack, der dritte. Da hinten ist noch einer. Dann haben wir da noch einen. Ah, siehste. Dann haben wir hier den Gruselme jetzt. Das hier müsste der vierte sein. Zack, 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 zack. Und dann haben wir hier noch einen. Also wieder geschenkte XP. Ich sage ganz ehrlich, deshalb steht doch im Titel immer Graf des XP. Die sind geschenkt, die XP. Zack. Und dann habt ihr die Aufgabe auch schon geschafft. Ich bin jetzt schon Level 111, versinke mal wieder im Erdboden. Wenn ihr gerne Unterstützung da lassen wollt, gerne noch ein Like da lassen. Und in dem Sinne würde ich sagen, haut rein. Und eventuell kommt noch ein Stream. Aber mal gucken, wie lange ich noch für die Aufgaben brauche. Und in dem Sinne euch noch viel Spaß und haut rein.